Die DHV-News vom 8. Dezember 2023. Werden Sie uns verraten, die Sozialdemokraten? Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und Dirk's Groschopp. Herzlich Willkommen bei den DHV-News. Es gibt nur noch ein Thema zwischen uns und dem Ziel und eine Vorbemerkung. Aber ansonsten ist es so, dass das Böse nochmal aus der Erde hervorgekrochen kommt, unter den Steinen hervorgekrochen kommt. Und es fühlt sich ein bisschen an, wie Frodo und Sam, die die letzten Meter in Mordor Richtung zu diesem Berg, zu diesem Vulkan laufen und nicht wissen, ob sie diese Hürde noch überwinden können. Denn jetzt geht's ums Ganze und ihr seid gefragt. Aber ich fange mal kurz mit der Vorbemerkung an, da seid ihr nämlich auch gefragt, nämlich unsere Spendenkampagne. Die muss ich natürlich hier erwähnen, ja, das kann ich nicht einfach nicht tun sozusagen, auch wenn es natürlich wie immer was Wichtigeres gibt. Ja, aber das gilt ja für die Legalisierung auch. Wir haben bis jetzt 20.837 Euro eingenommen von 1.023 Spendern. Und alleine, um das auch nochmal hier zu sagen und uns zu bedanken auch dafür und das zu würdigen, ist es schon wert, das hier auch zu erwähnen. Außerdem, ein bisschen Luft ist noch zum Ergebnis vom letzten Jahr. 129.933 Euro waren das im letzten Jahr. Es geht aber natürlich auch bis 15. Januar, da ist noch ein bisschen Zeit und wir freuen uns weiter über rege Beteiligung. So, und jetzt wieder zu dem einen Thema. Ihr habt es ja in den letzten Wochen schon mitbekommen, die meisten von euch jedenfalls, jedenfalls die, die der V-News geschaut haben. Letzte Woche waren wir aber im Stand, dass ich im Prinzip hier bekannt gegeben habe, hatte ich gerade vor der Sendung die E-Mail gekriegt von der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, die wir angeschrieben hatten mit der Frage, kommt jetzt das Cannabis-Gesetz noch im Dezember auf die Tagesordnung des Bundestages, weil da gab es ja Verzögerungen, das tauchte nicht auf und wir wollten mal wissen, wo ist das Problem? Und ja, die SPD hat eben geantwortet, es gibt noch Beratungsbedarf und man würde das zeitnah dann irgendwie schon dann irgendwann machen. Aber das war natürlich ein Alarmzeichen, dass die noch von Beratung gesprochen haben, nachdem alle anderen sich eigentlich waren, wir sind das Ganze ausberaten, inklusive der SPD, zuständigen Politiker, Drogenpolitiker und Gesundheitspolitiker und Gesundheitsminister, der dafür zuständig ist. Die Fraktionen haben alle Pressemitteilungen rausgegeben, wo drin stand, wir haben uns geeinigt, auch die SPD. Und das Beschlussdokument liegt vor. Deswegen haben wir ja gesagt, also es gibt keinen Grund mehr für irgendeine weitere Verzögerung. Ja, und wenn die jetzt irgendwie sagen, es gibt noch Beratungen, dann ist das ein ernsthaftes Problem. Ja, dann signalisieren die den anderen, ja, wir wollen ein ganzes Paket wieder aufschnüren. Und die haben ja sowieso schon Kröten geschluckt ohne Ende. Insofern wirklich jetzt ein Punkt, wo man sich fragen muss, kriegen die das überhaupt geregelt, dieses abgespeckte, eigentlich total miese Gesetz, ja, dieses total repressive Legalisierungsgesetz, Teillegalisierungs- und Entkriminalisierungsgesetz, wie auch immer, mit wahnsinnig drastischen Strafen für unsinnige Tatbestände, die da immer noch drinstehen, ja, wo man trotzdem sagen muss, dann macht es halt in Gottes Namen endlich, weil es ist immer noch ein Riesenfortschritt im Vergleich zu vorher. Jedenfalls dieser legale Besitz von bis zu 25 Gramm. Alles andere, ja, okay, ist vielleicht auch teilweise ein Fortschritt, aber in den Details schlecht gemacht. Wie auch immer, ja, die anderen haben Kröten geschluckt ohne Ende, überhaupt der ganze Bundestag, auch die Fachpolitiker der SPD letztendlich und haben da ein total repressives Entkriminalisierungsgesetz letztendlich hingestellt irgendwie, weil es nicht anders ging offensichtlich. Mehr ist scheinbar im Moment nicht drin irgendwie bei den Widerständen, die es gibt, inklusive im Gesundheitsministerium. Und dann hat sich eben weiter nochmal bestätigt, dass es wirklich ein Problem gibt. Ja, die Story geht also weiter. Am Wochenende hat dann der Keidenblut per Videostatement im Grunde meine Theorie bestätigt. Da gucken wir mal kurz rein. Diese Einigung muss dann aber, das ist ebenfalls richtig, am Ende noch A von der entsprechenden Facharbeitsgruppe abgesegnet werden. Das ist ebenfalls in allen Fällen passiert. Und B von der Fraktionsspitze letztlich durchgelassen werden und damit zu einer Aufsetzung kommen. Und das ist das, was in der SPD zurzeit noch strittig ist. Es ist also eine Einigung innerhalb der SPD, die bisher ganz offensichtlich noch aussteht. Mir persönlich tut das sehr leid, dass das so ist. Das führt dazu, dass in der 50. KW jetzt nicht aufgesetzt wird, weil die Entscheidung trifft am Ende der Fraktionsvorstand. Zu den Gründen kann ich persönlich mich nicht äußern. Ich gebe zu, persönlich sehe ich auch keine wirklich nachvollziehbaren. Aber dazu würde ich empfehlen, sich eben an die Fraktionsspitze zu wenden, was ja auch der DHV schon getan hat. Daraufhin haben wir dann, wie angekündigt letzte Woche, am Montag eine Protest-Mail-Aktion aufgesetzt. Da haben mittlerweile 5.000 Leute fast mitgemacht. Ich bitte euch weiter darum, das noch zu tun. Hier haben viel mehr Leute diese Videos schon gesehen. Auch das hier werden viel mehr Leute sehen als 5.000. Und ich verstehe, wenn ihr nicht alle Handverband-Mitglieder werdet. Und ich verstehe auch, wenn ihr euch nicht alle irgendwie bei der Weihnachtsspenden-Kampagne mitmacht. Aber ich verstehe nicht, wenn ihr nicht diese Mail abschickt. Jetzt geht es wirklich ums Ganze. Ich kann euch auch nicht versprechen, dass das Abschicken dieser Mail irgendeinen Unterschied machen wird. Aber ich kann euch versprechen, dass Nichtstun auf jeden Fall keinen Einfluss haben wird. Also versucht es wenigstens. Es ist nicht furchtbar viel Arbeit. Guckt euch das an auf unserer Seite. Im besten Fall funktioniert es mit einem Klick und ihr habt die fertige E-Mail mit allen Adressaten und dem Text sofort da. Zum Absenden musst du nur noch euren Namen unten reinschreiben. Macht es bitte. Je mehr, desto besser. Auch wenn ihr keine Antwort bekommt. Viele haben gesagt, ich kriege sowieso keine Antwort. Das wird sowieso nur noch in einem Ordner gesammelt. Ja, sollen sie doch sammeln. Ist ja egal. Hauptsache, die kriegen mit, wie viele Mails reinkommen. Da reicht ein Blick in den Ordner. Oh, da sind schon 10.000 geworden jetzt. Das ist schon ganz schön fett. Haben wir nicht alle Tage. Da ist schon irgendwie Bums dahinter. Das ist alles. Das reicht ja. Ja, dass die merken, da gibt nicht nur Gegenwind. Da gibt nicht nur Druck von der Seite, die das alles noch viel härter haben will. Denen das ganze Projekt viel zu lasch ist. Die das am liebsten alles über den Haufen werfen wollen. Ja, da haben die im Moment Angst. Dass diese ganzen Kritiker denen irgendwie die Ohren langziehen. Ja, also müsst ihr auch agieren. Ja, da muss ein Gegengewicht her. Sonst kriegen die das irgendwie nicht auf die Reihe bei der SPD. Also, E-Mail-Aktion am Montag. Dann haben sich die Medien überschlagen und sind aufgesprungen auf das Thema. Und auf das Problem. Nämlich den Innenpolitiker Sebastian Fietzler. Der ist vom Bund Deutscher Kriminalbeamter in die SPD-Fraktion gekommen. War also vorher Vorsitzender des BDK. Und ist dann für die SPD in den Bundestag reingeraten. Ja, und er war beim BDK auch schon jemand, der im Vergleich zum vorherigen Vorsitzenden wesentlich repressiver unterwegs war. Ich habe gegen den Fiel einmal so eine Diskussionssendung gemacht bei Stern TV. Das verlinke ich euch mal. Da könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen. Und noch einen Artikel, den er in dieser Legislaturperiode geschrieben hat. Also, es ist nicht das erste Mal, dass er sich meldet und irgendwie beschwert und sagt, das ist ein Problem. Ja, ich finde das nicht gut. Ja, also hat er schon mal gesagt. Es ist nicht so, dass er irgendwie komplett aus dem Nichts kommt damit. Aber er kündigt jetzt eben auch an, dass er jetzt mal anfangen wollen würde, jetzt darüber zu beraten. Ja, es wäre alles nicht passiert. Ja, als hätte die Fraktion überhaupt noch gar kein Wort darüber verloren. Dabei haben die Expertenanhörungen stattgefunden und alles. Und jetzt sagt er auf einmal, ja, wir müssen das jetzt mal diskutieren, weil er noch nicht richtig irgendwie mit reingenommen wurde in die Diskussion. Ja, er nicht richtig angehört wurde, der arme Sebastian Fiedler. Deswegen muss das jetzt alles nochmal von vorne anfangen. Vielleicht hat er auch nicht gemerkt, dass die Debatte schon gelaufen ist. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall will er jetzt auf einmal anfangen zu diskutieren. Das ist einfach unglaublich. Und kündigt auch an, dass er, so wie das Gesetz jetzt ist, dem nicht zustimmen wird. Und er auch nicht der Einzige ist, sondern auch einige andere nicht zustimmen werden. Also, es ist ein komplettes Desaster, das Ganze. Und macht die SPD-Spitze daraus, ja, die sagen nicht klar irgendwie von wegen, ja, gut, ist halt jetzt ausverhandelt. Ja, haben wir ja angekündigt, das müssen wir jetzt machen. Na, es gibt halt ein Deal mit den Koalitionspartnern, tut uns leid. Nee, die sagen, schriemen rum und sagen, wir sind, genau, da haben wir noch ein Posting abgesetzt. Wir sind auf den Zielgeraden. Ja, wir machen das demnächst. Ja, Zielgerade. So ein Quatsch. Ja, entweder haben sie es geeinigt oder nicht geeinigt. Und wenn sie es nicht geeinigt haben, dann ist das ganze Projekt komplett auf der Kippe. Weil das kann dann ewig dauern. Da ist die Frage, warum sollen die anderen jetzt da noch mehr Kompromissen zustimmen? Weil Sebastian Vieth alle irgendwie einen Aufstand macht in der SPD-Fraktion. Alle anderen müssen dann kuscheln oder was. Also, das ist komplett abwegig. Ja, die müssen einfach sagen, okay, das Ding ist jetzt zu. Das Gesetz ist nicht besonders toll geworden, ja, aber wir müssen das jetzt mal machen. Und alles, was nicht in die Richtung geht, ist ein Problem, was das ganze Cannabis-Gesetz komplett gefährdet. Also, macht bei dieser E-Mail-Aktion mit und dann ist während der Woche immer mehr klar geworden, es gibt diverse Aktivisten, Aktivistengruppen, die in Berlin rund um den Parteitag der SPD, der jetzt gerade stattfindet, am Wochenende Aktionen durchführen. Und zwar gibt es ein Protestcamp, das das ganze Wochenende über direkt vom Eingang dieses Parteitags stattfindet, auf dem großen Parkplatz quasi, wo eben dieser Eingangsbereich ist. Da war ich heute Morgen, habe mir da schon mal angeguckt, da sollte es so ein Pressefrühstück geben. War jetzt nicht großartig Leute da, auch nicht großartig Presse. Aber es war wirklich sichtbar von dem Eingang aus. Ja, die SPD-Leute, die da reinkommen, haben das gesehen sozusagen. Es war noch so ein riesen Hanfblatt. Zeigen wir mal ein paar Bilder im Hintergrund hier, die ich da mitgebracht habe. Und gute Stimmung, so ein paar Feuerschalen sind da. Ja, und Zelte für Konsumenten, die sind da auch vorgesehen, scheinbar auf dem Gelände, wie auch immer. Auf jeden Fall Samstag ist große Demo da, Kundgebung, wieder von anderen organisiert. Steffen Geier insbesondere hier in Berlin und Tobi Piet von Hanfner ist da mit im Spiel. Die CSCs Berlin und Hamburg sind auch mit zugange da mit dem Protestcamp. Also Samstag, 14 bis 18 Uhr, Demo in Berlin vor dem Cube, City Cube bei der Messe. Das findet ihr alles auf unserer Seite in der Videobeschreibung. Klickt da mal rein. Alle, die irgendwie können, bitte da hinkommen. Ich werde auch da sein, morgen Nachmittag nochmal, 14 bis 18 Uhr. Und auch was erzählen da. Aber es geht im Wesentlichen nur um, dass ihr da seid und nicht, dass ich da bin. Und dass wir da nochmal eine Flagge zeigen. Und dass ihr bei der E-Mail mitmacht. Einmal auf die Seite handverband.de klicken. Wir sind mitten in Mordor unterwegs und das Böse macht den Aufstand. Und entweder schafft man das oder wir schaffen das jetzt nicht. Übrigens auch danke für alle, die auf Social Media mitgemacht haben. Diese Antworten auf die SPD-Postings. Das hat mir Spaß gemacht, wenn da 1000 Likes drauf sind und die SPD nur 100 hatte, wenn sie da irgendwie vorher was geschrieben hat dazu. Und es macht auch mir Spaß, die ganzen anderen Kommentare mal durchzuscrollen. Weil ich bin natürlich nicht der Einzige, der das macht, sondern der ganze Beatmob geht darauf ab, sozusagen. Ja, also jeder Einzelne, der da einen Kommentar schreibt und denen sagt, er wagt jetzt hier, seid ihr verrückt, wir können das nicht immer aufmachen. Ja, jetzt verabschiedet das gefälligst mal. Ja, wunderbar. Auch das hilft natürlich. Dann haben wir dazu, als dann klar war, es gibt die Demo. Und es ist auch noch keine Neuigkeit rausgekommen von der SPD, dass die das Problem irgendwie abgehakt hätten. Wir haben eine Pressemitteilung gestern rausgegeben. Die ist von zwei Agenturen aufgenommen worden, von der DPA und von der DTS, wo auch ich da nochmal zitiert worden bin in dem Zusammenhang. Ja, die SPD muss das jetzt endlich beenden, auch diese massenhafte Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten, harmlose Bürger. Seit Antritt der Ampel hat es schon über 350.000 Strafverfahren gegeben gegen einfache Konsumenten. Das reicht mal langsam, zumal das Gesetz ja jetzt fertig ist. Bis jetzt, ich habe immer gesagt, das dauert zwei Jahre, bis das fertig ist. Das geht nicht so schnell. Deswegen haben wir immer gesagt, Entkriminalisierung, kleiner Menge, sofort, den ganzen Rest müssen wir lange diskutieren. Das ist nochmal so, das ist abzusehen. Jetzt sind die zwei Jahre rum, ja, habe ich ganz gut geschätzt. Das Ding ist fertig, liegt da, Gesetz ist beschlussfertig. Alles ist da, die müssen nur noch irgendwie Tändchen heben und dann auf die Tagesordnung packen. Ja, machen die nicht von der SPD, weil die sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal nur auf der Zielgeraden sein. Ja, was soll das denn sein, Zielgerade, auf der Tagesordnung, Zielgerade? Alles andere ist das Projekt komplett gefährden. Naja, also es gab ein paar schöne Presseberichte zu unserer Pressemitteilung. Also wir sind also wild am Rödeln hier sozusagen die ganze Zeit. Jede Menge Presseberichte über diesen Aufstand da innerhalb der SPD, insbesondere von Sebastian Fiedler. Und dann heute ging es dann gleich wieder noch weiter. Einerseits ein positiver Aspekt nochmal, dass sich auch Christine Lüttke von der FDP nochmal gemeldet hat, die auch gesagt hat, das ist jetzt irgendwie, wo wir einen geeinigten Text haben, geeinigtes Gesetz haben, ist halt maximal irritierend, wie vielstimmig die SPD-Fraktion da jetzt noch irgendwie rumtönt. Ja, was soll man als Koalitionspartner damit anfangen? Ja, das ist ja, wird bei sich eine morphende Masse irgendwie. Ja, mit denen kann man ja nichts verabreden. Dann, nächster Punkt, der heute kam, Drogenpolitische Bankrotterklärungen. Breites Bündnis fordert Aus für Lauterbach Plan in der Welt. Gut, das sind die üblichen Verdächtigen, ja, Bundesärztekammer und so weiter, die sowieso immer die ganze Zeit schon gegen das Gesetz gestänkert haben und die eigentlich schon eh total überdurchschnittlich viel Medienaufmerksamkeit dafür gekriegt haben. Jetzt haben sie nochmal alle zusammen gemacht. Angeblich soll auch die GdP dabei gewesen sein. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil die ja zuletzt so einen Schwenk gemacht hat, Richtung, naja, okay, wir begleiten das konstruktiv. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass die Redakteurin nicht wusste, dass es zwei Polizeigewerkschaften gibt. Wahrscheinlich war es eher die D-Pol-G. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder so ein Bündnis, was jetzt immer sagt, ein komplettes Aus, bitteschön, für Lauterbachs Plan. Die wittern also die Unsicherheit in der SPD-Fraktion. Die denken, wir haben jetzt nochmal eine Chance, sonst gehen sie alle nochmal irgendwie ins letzte Gefecht und auf die Barrikaden und versuchen nochmal irgendwie auf letzte Minute das Ganze komplett zu verhindern. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr da jetzt mitmacht. Es gibt auch Leute, die ihre SPD-Abgeordneten vor Ort nochmal ansprechen. Ja, auch das macht absolut Sinn. In eurem Wahlkreis mal gucken, wer ist denn hier unser SPD-Bundestagsabgeordneter vor Ort? Den mal ansprechen und fragen, was soll das jetzt hier? Weil macht das mal mit dem Cannabis-Gesetz. Dann erzählen die ja immer, wer noch irgendwie passt gerade nicht. Es gibt gerade was Wichtiges. Erst gab es den Angriff da in Israel von der Hamas. Deswegen ist es dann von der Tagsordnung gekommen, weil das war ja wichtiger und das passt ja nicht so richtig zusammen irgendwie. Jetzt ist es der Haushaltskrach, der wichtiger ist. Ist es ja auch, aber deshalb kein Grund, das Cannabis-Gesetz nicht zu verabschieden. So ein Blödsinn, ja. Kann ich nicht ertragen, diesen Quatsch. Bloß weil die das nicht auf die Reihe kriegen, ihre internen Kommunikationsprozesse vernünftig zu organisieren. Ja, also das Bündnis, was jetzt das Ganze komplett in die Tonne kloppen will. Und was hat man noch? Genau. Die Innenministerkonferenz hat schon wieder beschlossen, dass sie gegen die Legalisierung von Cannabis ist. Das machen die ja ritualhaft seit Jahren immer mal wieder. Und in letzter Zeit auch im engeren Takt. Innenministerkonferenz der Länder hat jetzt keine durchschlagende Bedeutung. Formal gar keine eigentlich. Überhaupt der ganze Bundesrat kann ja eigentlich machen, was er will. Rein formal gesehen. Weil ja dieses Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist. Die könnten, wenn der Bundesrat mehrheitlich dafür wäre, nochmal ein bisschen Verzögerung einbringen, nochmal einen Vermittlungsausschuss anrufen. Aber die können eigentlich das Gesetz nicht verhindern. Und die Innenminister selber schon mal gar nicht, weil die ganzen Landesregierungen müssen ja entsprechend abstimmen. Aber in ihrer Innenministerkonferenz, da können die mal ein bisschen machen, was sie wollen. Ja, da redet denen keiner rein, wie sie da abstimmen. Sondern erst, wenn dann im ganzen Plenum des Bundesrates die echten Abstimmungen stattfinden, da müssen die Koalitionspartner mitreden, müssen die sich irgendwie verabreden, wie das Bundesland dann jeweils da abstimmt. Aber in der Innenministerkonferenz können die alle irgendwie machen, was sie wollen. Und die SPD-Innenminister sind offensichtlich der Reihe durch alles irgendwie repressive Leute, die das Verbot von Cannabis super finden und die die Jagd auf die Konsumenten super finden und die überhaupt keine Reform wollen und ständig gegen die Realisierung stimmen. Und Sebastian Fiedler, der da in der Bundestagsfraktion den Aufstand macht, tickt eigentlich genauso. Der sagt zwar immer, er wäre ein Reformer und wäre für Entkriminalisierung, aber die ganzen Argumente, die er bringt, sind super repressiv. Der kritisiert auch nur. Und sagt immer, das geht nicht, das geht nicht. Die Abstände sind zu gering und da ist zu liberal und da will die selber anbauen, das hat ja überhaupt nicht kontrollierbar, bla bla bla. Aber macht doch keine Vorschläge, wie er das selber machen würde. Außer, man sollte doch zuerst die Modellprojekte machen, regional begrenzt und klein und gucken, wie es läuft und dann später irgendwie Entkriminalisierung machen. Also, der findet das gut mit der Kriminalisierung, soll er gerne so weitergehen. Bei den anderen habe ich ja immer den Eindruck, die haben zu sehr einen gesundheitspolitischen Fokus darauf auf das Thema und ignorieren so ein bisschen den menschenrechtlichen Aspekt. Aber Fiedler ist ja Innenpolitiker, der kommt ja aus dem anderen Bereich sozusagen, wo es eben um rechtliche Fragen geht. Und der will das eben nicht haben mit dieser Entkriminalisierung im Eigenanbau, der will Leute bewusst weiterjagen, anders als die Gesundheitspolitiker, die das nur nicht so auf dem Schirm haben. Also, es ist echt ein Drama. Also, es geht wirklich nur um Verschärfung. Und nochmal für die, die vielleicht denken, die SPD will das jetzt immer aufmachen, das Thema, um noch irgendwelche Verbesserungen durchzusetzen oder so. Was an Verbesserungen ging, ist gegangen, ist gelaufen. Und jetzt geht es denen ausschließlich darum, irgendwelche Verschärfungen da noch reinzubringen. Und ja, warum sollten die anderen das jetzt noch machen? Nochmal, ja. Also, das ist eher so, dass dann im Prinzip, wo sowieso die ganze Ampelregierung gerade irgendwie total am zerbröseln ist irgendwie. Oder man sich immer fragt, wie lange stehen die überhaupt noch? Auch bei den Umfragewerten. Ja, im schlimmsten Fall versemmeln die das Ganze komplett. Also, Samstag Demo, Freitag, ganze Woche E-Mail-Aktion. Ja, das bleibt jetzt noch online, bis die sich da irgendwie ausgekäst haben. Also, bitte macht da mit. Weihnachtsspende ist natürlich auch fein, ja. Aber jetzt müssen wir vor allen Dingen irgendwie gucken, ob wir dieses SPD-Problem auf die Reihe kriegen. Und deswegen nur dieses eine Thema heute. Es gibt keine anderen Themen. Das ist das Thema. Da müssen wir jetzt durch. Macht da mit. Und ja, mit ein bisschen Glück kann ich euch vielleicht nächste Woche erzählen, okay, sie haben es gemacht. Sie haben zugesagt, dass sie nichts mehr ändern wollen. Das ist auf der Tagesordnung. Und alles ist gut. Ja, so gut, wie das Cannabis-Gesetz halt geworden ist. Ja, super gut nicht, aber einigermaßen halt. Kann doch auch sein, ne. Wie das Ganze uns komplett um die Ohren fliegt. Also, es ist nochmal richtig Showdown jetzt angesagt. Und damit komme ich zu den Terminen. Wo wir in Darmstadt einen Infostand der Ortsgruppe haben, am 9.12. in Berlin. Demo vom SPD-Parteitag, 9.12. Samstag, 14 bis 18 Uhr. In Erfurt eine Infokundgebung der Ortsgruppe. Thüringen am 9.12. auch morgen, Samstag. 11.12. Kundgebung zum Internationalen Tag der Menschenrechte-Ortsgruppe in Halle. 13.12. nochmal Halle, offenes Treffen der Ortsgruppe. Und 15.12. nochmal Darmstadt, offener Handtisch der Ortsgruppe, 15.12. Das war's. Mehr Termine haben wir nicht. Der Termin heute von euch mit mir geht zu Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großamen Abend. Und dass ihr alle mitmacht jetzt so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. 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 Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.